Die beste lokale Entwicklungsumgebung für PHP und so weiter, also alles was noch dazu gehört, nicht nur PHP, sondern auch einen Webserver, MySQL meinetwegen oder eine andere Datenbank, ja, dieses Paket aus Tools, welche man für die lokale Webentwicklung verwenden kann. Und da gibt es hier eins, was ich mit dir heute anschauen möchte, Laragon, ja, abseits davon gibt es natürlich, wie gesagt, noch andere Tools, zum Beispiel hier Xamp, ja, sehr bekannt oder Xamp, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird oder wie da so die Lage ist. Ja, ich habe das schon sehr lange nicht mehr verwendet, davor aber sehr viele Jahre unter Windows, habe ich damit lokal entwickelt, ist somit auch das einfache Tool, man installiert das, hat schon alles konfiguriert, kannst sofort starten und kannst das via der Software, alles, jedes Tool da ein- und ausschalten, Webserver, Apache, MySQL-Datenbank, PHP, MyAdmin und so weiter, was da alles so drin ist. Und was es da noch gibt, ist zum Beispiel WAM-Server, funktioniert ähnlich wie Xamp, ja, oder was auch sehr beliebt ist, ist DDEV, aber für mich persönlich muss so ein Tool auch anfängerfreundlich sein, ja, dass ein Anfänger da nicht schon die erste Hürde hat, um sich so eine Entwicklungsumgebung lokal einzurichten, ja, das muss so einfach wie möglich sein. Und da verspricht Laragon ziemlich viel, ja, das ist modern, powerful, leicht zu bedienen, produktiv, ist portable, das heißt, du kannst das zum Beispiel von Laufwerk zu Laufwerk einfach rüberkopieren, das kannst du verzeichnen und es soll trotzdem noch funktionieren, ja, oder von Rechner zu Rechner, ja, das ist ein Ordner, wo alles drin ist. Und diesen Ordner kannst du mitnehmen oder hinpacken, wo du möchtest, ja, was du dann gegebenenfalls noch machen müsstest, ist nochmal den Installer zum Beispiel auszuführen, ja, damit der den Ort erkennt, wo alles liegt und dann nochmal die Umgebungsvariablen setzt und so weiter, ja. Es soll schnell sein, effektiv und einfach awesome, okay. Und, ja, was, schauen wir doch erstmal hier rein, ja, hier schreibt jemand hier, ist the best and fastest local server von SniffleWelf, also wenn der das schreibt, ja, dann muss das wahrscheinlich so sein. Und, ja, hier so ein paar Buzzwords, ja, die ich hier vorgelesen habe, hier unten steht es noch ein bisschen detaillierter, so die Features, die es hat, ist sehr performant, ja, es verbraucht nur ungefähr so 4 MB im Arbeitsspeicher, ja, das ist schon Hammer. Und es bringt Pretty URLs mit, dass du lokal bei dir diese automatisch generierten URLs auch verwenden kannst, wie zum Beispiel AppTest, wenn der Ordner, wo dein Projekt drinnen liegt, zum Beispiel App ist, welches sich im Rootverzeichnis befindet, ja. Und alles so eine Geschichte und es soll alles einfach und flexibel bedienbar sein, zum Beispiel WordPress kannst du hier mit nur einem Klick installieren und dann kannst du es direkt benutzen und so weiter, du kannst die PHP-Versionen switchen, ganz einfach, du kannst PHP-Erweiterungen aktivieren, deaktivieren, nur per Klick und so weiter, also es soll ziemlich einfach sein, ja. Und das Ganze ist halt portable, läuft alles in einem eigenständigen Container und hat dann somit so gut wie keine Berührungspunkte mit dem Betriebssystem, wo es läuft, ja. Und hört sich alles gut an, ja. Auch hier unten steht, man hat auch frei Wahl, was Datenbank-technisch da so, was du da nehmen kannst, zum Beispiel MySQL, MariaDB, PostgreSQL oder MongoDB, ja, zum Beispiel. Es hat irgendwie ein E-Mail-Handling, mit dem du arbeiten kannst und so weiter, ja. Ja, drücken wir doch einfach mal hier auf Get Started hier unten, zack und schauen wir doch mal rein, was wir hier zu machen haben, ja. Zum Beispiel, wo kann ich es mir hier überhaupt runterladen? Ich drücke mal auf Install und hier auf Download, ja. Das Installieren soll ziemlich einfach sein, einfach runterladen und dann Next, Next, Next klicken. Okay, gehe ich mal auf Download und da kommt hier Edition, entweder hast du die Auswahl, ja, um das komplette Benutzererlebnis zu haben bei dir lokal, also die volle Version mit allem drum und dran. Benötigst 64 Bit oder läuft unter 64 Bit oder eine portable Version. Ich hoffe mal, dass diese volle Version ebenfalls portable ist, müssen wir mal schauen. Nochmal eins nebenher, das Video hier ist kein normales Tutorial, ja, ich schaue mir dieses Tool auch gerade eben das erste Mal an. Ich habe es noch nicht verwendet, also falls du Fragen hast, kann es sein, ich habe keine Ahnung. Aber schreib trotzdem mal in die Kommentare, vielleicht habe ich mich bis dahin mal informiert oder mir das Tool näher angeschaut. Ja, es ist einfach ein neues, ja, wie könnte man sagen, ein neues Format, wo ich mir einfach mal Tools mir anschauen möchte, dich dazu einladen möchte, dir das mit mir zusammen anzuschauen. Ja, ich habe nicht immer Zeit, alles mir vorzubereiten, alles selbst nochmal zu lernen, bevor ich ein Tutorial mache. Deswegen, unkompliziert und einfach, schauen wir uns mal vielleicht neue Dinge auch mal zusammen an, ja. Ich lade mir das einfach mal runter, ja, die volle Version, ja, hier unten. Das kann schon mal ein paar Minuten dauern, 173 MB, je nach Serverauslastung, je nach Internetverbindung. Ja, wir sind ja am besten in Deutschland aller Zeiten mit der Vernetzung, dann sollte das eigentlich recht schnell klappen. Okay, ist gleich soweit, ja. So, jetzt hat es hier runtergeladen, jetzt kann ich hier schon mal direkt draufklicken, wird geöffnet. Mal gucken, wo es aufploppt, auf welchem Monitor hier. Hier unten, ja, ich ziehe das mal hier hoch, das kleine Fensterchen. Dann kann ich mir die Sprache auswählen, ist hier meine Sprache mit dabei, Deutsch. Kommt am nächsten, würde ich sagen. Und ich klicke mal auf OK. Kommt das Fenster wieder hier runter. Jetzt kann ich mir hier den Ort auswählen, wo ich das Ganze installieren will, ja. Drücke mal auf Weiter. Und hier werde ich gefragt, ob ich das automatisch schon beim Start von Windows mitstarten will. Ich hake das mal ab, weil ich möchte dieses Tool nur dann verwenden, wenn ich es verwenden will, ja. Ich mag nicht, wenn zig Tools im Hintergrund immer mitlaufen, ja. Ich mache ja auch mal andere Geschichten auf dem Rechner. Die virtuellen Hosts, die lasse ich mal drin, ja. Also, dass der automatisch diese virtuellen Hosts erzeugt, wenn ich jetzt hier in dem Dokumenten-Root neue Projekte anlege. Dass ich die über diese URL erreichen kann, ja. Ist ein ganz praktisches Feature. Notepad++, ja, das brauche ich ja nicht. Das Kontextmenü, ich benutze kein Notepad++. Und das andere, naja, ich hake das auch mal ab. Also, das Einzige, was ich hier angehakt habe, ist hier virtuelle Hosts. Drücken wir auf Weiter. Und jetzt drücke ich mal Installieren. Okay, und jetzt geht's los. Mal gucken, wie schnell er es macht, ja. Ich bin schon ganz gespannt auf das Tool, ja. Man kann da ja auch per Klick WordPress installieren, dass das so ein schönes Auto auf die Box hier läuft. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe noch nie bei mir lokal WordPress installiert. Vielleicht mache ich schon mal ein Tutorial. Ja, wenn ich mal Lust und Laune habe. Okay, it's almost done. Jetzt müssen wir warten. Und jetzt können wir es direkt starten. Oder die Readme-Datei öffnen. Das machen wir, ne? Er liest dann schon die Readme-Datei. Fertigstellen. Okay, jetzt läuft das hier. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, hier die Webseite zu öffnen. Bitte starten Sie zuerst Apache. Okay. Ja. Haben wir den hier unter Alle Dienste starten. Konsole, Datenbank. Gibt es ein Zahnrädel. Was können wir denn da machen? MySQL-Verzeichnis können wir festlegen. Ja, das können wir so lassen. Dienste. Apache läuft auf Port 80. Das könnte man hier vielleicht nochmal ändern, wenn man das möchte. Ja, MySQL-Port ist der hier standardmäßig. Ja, man hat ja auch noch andere Sachen zum Einstellen. Okay. Ich lasse das mal so, wie es ist. Ja. Ich drücke mal auf Alle Dienste starten. Jetzt fragt mich hier die Windows-Firewall. Ja, ich lasse den Zugriff mal zu. Ja, das ist das Erste. Und hier für MySQL auch nochmal zulassen für private Netzwerke. Ja. Okay. Jetzt ist es hier gestartet. Apache, der Webserver und MySQL. Jetzt können Sie schon nochmal draufklicken auf Web. Und jetzt geht hier die Seite auf. Okay, es scheint zu laufen alles. Ja, das ist schon mal super. So, ich habe jetzt mal den Bildschirm gewechselt, weil ich habe jetzt hier ein System-Trade drin. Ja, wo ich hier gucken kann. Ist ein neues Icon, wo du dann erstmal Zugriff hast, dir dieses Fenster nochmal aufzurufen. Oder wenn du mit der rechten Maustaste draufklickst, hast du hier so ein Menü, wo du noch mehr Sachen machen kannst. Zum Beispiel kannst du hier die Version ändern. Du kannst hier neue PHP-Versionen hinzufügen. Aber was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel neue Websites erstellen. eine Lehre mit WordPress, LaHavelle ist ein PHP-Framework, Symphonie, PHP-Framework und so weiter. Ich drücke mal auf WordPress. Und hier kann ich einen Namen vergeben. Zum Beispiel MyBlog nenne ich es jetzt mal. Drücke auf OK. Und dann lädt er mir WordPress herunter, extrahier das. Und wir können es dann eigentlich schon direkt verwenden unter MyBlog.test. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt hat er hier noch, brauche ich hier noch Berechtigung. Okay, gestatten wir mal. Für die Installation. Wo ist mein Fenster? Hier. Und jetzt kann ich die Seite besuchen. Zack. Und jetzt läuft hier WordPress-Lokal. So schnell geht das. Ich bin begeistert. Wähle ich mal die Sprache aus. Okay. Ich nehme mal Deutsch. Kommt wieder am nächsten. Titel der Webseite. MyBlog zum Beispiel. Benutzername. Admin natürlich. Passwort. Ja, okay. Kann ich mir jetzt sowieso nicht merken. WordPress installieren. Eine E-Mail-Adresse muss ich angeben. Mail. Mail.de würde ich mal sagen. Okay. Ist ja auch egal. Ist ja lokal. Das speichere ich mir mal hier. Okay. Anmelden. Jetzt kann ich den Benutzer hier verwenden. Ich gehe mal auf angemeldet bleiben. Gehe auf anmelden WordPress. Und schon habe ich hier WordPress. Einmal frei. So schnell geht das. Zur Webseite. Das ist mein Testblock. Und schon kann ich mit WordPress-Lokal loslegen. Ganz einfach. Per Klick. Das kann ich nur noch machen. Ich kann den Apache ein- und ausschalten. Ja. Zum Beispiel. Und ich kann auch Node.js verwenden. Ja. Zum Beispiel in der Version 18. Die ist schon installiert. Also wenn du mit JavaScript backend-seitig was machen willst. Python ist dabei. Da kannst du rumspielen. Und hier bei PHP kannst du per Klick Erweiterungen ein- und ausschalten. Auch super. Ich bin begeistert. Wir öffnen mal dieses Verzeichnis hier. Laragon und www. Und bei MyBlock habe ich jetzt hier die WordPress-Webseite. Ich mache aber mal was eigenes. Zum Beispiel App. Ja. Und öffne hier das Ganze mal in Visual Studio Code. Ja. Den ganzen Projektordner. Ja. Ich vertraue dem. Okay. Und hier könnte ich auch mal einfach eine Index-PHP-Datei anlegen. Und das Ganze mal testen. Ob das hier auch funktioniert. Zum Beispiel mit ganz einfach Hallo Welt. Das will ich mal ausgeben auf der Seite. Ja. Ja. Okay. Und das müsste ja jetzt eigentlich hier so frei funktionieren. Wenn ich jetzt hier eingebe. App.test. Da kommt nichts. Vielleicht muss ich da hier noch was machen. Zum Beispiel hier. Habe ich gesehen. Nee. Ich lad mal neu. Apache neu laden. Ja. Gucken, ob es jetzt geht. Jetzt geht's. Hallo Welt. Also, damit er diese Domains automatisch mit anlegt. Bei dir lokal aufgrund deiner Ordnerstruktur unter dem www Ordner. Dann. Erst dann legt er das an. Hier diese Domain. App.test. Und du kannst es verwenden. Also es ist super easy. Ich bin begeistert. Ja. Es soll ja für jeden einfach sein, überhaupt mal zu starten mit Programmierung. Zum Beispiel mit PHP. Ja. Dass man nicht schon von vornherein überhaupt die Hürde hat, sich hier PHP zu installieren oder einen Web-Server. Das sind diese Tool richtig Gold wert. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn ich noch mehr in diese Richtung mal zeigen soll, gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich mir immer das nächste Video. Bis gleich. Bis gleich.